In den Wissenschaften, in der Chemie, aber auch in Situationen, die wir abklären, machen wir erst einmal eine Analyse, um genau zu schauen, was die Grundlagen sind, was die Ergebnisse sind. Diese Analyse zeigt uns dann, was genau in einer Sache steckt. Es ist die Analyse. Analyse. Auch hier wird das Y wieder als Ü gesprochen. Die Analyse.